Zum Andi, etwas an den Andi erinnern, das liegt in der Familie, solche wirklich schönen Tore zu schießen. Am Andi hat es mich nicht erinnert, eigentlich hat der Andi von mir einen Tipp gekriegt, dass der Konsul gern schnell auf der Rät ist und dass man halt den Ballen drüber schupfen tut, das hat eigentlich der Andi von mir gekriegt mit. Aber ich meine, es hat sich die Situation ergeben, ich bin da erst rausgekommen und ich bin mir drüber geschupft, ich meine, das ist normale Stimme da.